Generell unterscheiden wir zwischen dem Kopf und dem Rumpf. Eine Methode der Rumpf ist auf dieser Appsteract Ion-Sebene noch simpel ist deroktoriert. Einfach eine Sequenz von Anweisungen, eingerahmt durch geschweifte Klammern. Den Rumpf schauen wir uns später in diesem Kapitel genauer an. Wenn wir zu Anweisungen und Ausdrücken kommen, hier kümmern wir uns erst einmal um den Kopf. Als Beispiel nehmen wir der Kopf einer Methode. Die von vielen Java-Systemen als Einstiegspunkt genommen wird. Um ein Java-Programm zu starten, der vorgegebene Kopf einer Einstiegs-Methode muss exakt eingehalten werden. Jede Methode hat natürlich einen Namen, das ist ein Identifier. Der Rückgabetyp bzw. das Schlüsselwortwort steht immer unmittelbar vor dem Namen der Methode. Getrennt durch mindestens ein Wittes-Pass-Erinnerung. Wittes-Pass hatten wir im Kapitel zu lexikalischen Bestandteilen eingeführt. Vor dem Rückgabetyp bzw. Vorwort stehen die Modifier. Grob gesprochen ändern Sie nichts an der Methode selbst, sondern daran, wie man die Methode verwenden kann. Diese beiden Modifier haben wir schon im Kapitel zu Referenztypen gesehen. Public besagt, dass diese Methode mainfrei außerhalb der Klasse, zu der sie gehört, in einer beliebigen anderen Klasse aufgerufen werden kann. Im Unterschied zu private und protected, und wie schon bekannt, besagt static, dass main eine Klassenmethode ist. Die Parameterliste folgt immer unmittelbar nach dem Namen der Methode. Ein Wittes-Pass muss zwischen dem Namen der Methode und ihrer Parameterliste nicht stehen. Da die öffnende Klammer und zweideutig den Namen von der Parameterliste abgrenzt, wir haben schon des Öfteren gesehen, dass eine Parameterliste eine Aufzählung von Parametern in runden Klammern ist, die auch leer sein kann. Also leeres Klammerpaar, wenn die Parameterliste nicht leer ist, sondern sogar mehr als einen Parameter hat. Dann haben wir gesehen, dass die einzelnen Parameter durch Kommas voneinander getrennt sind. Jeder einzelne Parameter ist spezifiziert durch seinen Typ und darauf folgend seinen Namen. Getrennt durch mindestens ein Wittes-Pass die Methode main. So wie sie von vielen Programmen als Einstiegspunkt verwendet wird, hat nur einen Parameter. Es fehlt noch die Erklärung, was Java-Systeme beim Aufruf von main eigentlich als Parameter übergeben einen Array von String. Soweit klar, aber was sind die einzelnen Strings darin? Das schauen wir uns an diesem simplen Beispiel an. Zur Erinnerung, mit dieser abgekürzten Form einer Vorschleife kann man bequem die Komponenten eines Arrays nach aufsteigenden Indizes durchlaufen. In Klammern muss zuerst der Komponententyp kommen. Dann der Name, den wir den einzelnen Komponenten in den einzelnen Durchläufen geben wollen. Nach dem Doppelpunkt dann der Name des Arrays. Die Methode Printline von Prinz Therim und das Klassenattribut Out von System hatten wir schon im Kapitel zu Referenztypen kennengelernt. Stichwort Attribute von Klassentypen. Java-Systeme, die main als Einstiegspunkt nehmen, bieten eine Möglichkeit an, dem Aufruf Parameter mitzugeben. Man nennt sie häufig Kommandozeilen Parameter, weil sie zum Beispiel beim Standardinterpreter namens Java beim Aufruf auf der Kommandozeile angegeben werden. Wie wir sehen, hat das zur Konsequenz, dass ein Array von String eingerichtet wird, dessen Länge gleich der Anzahl der Kommandozeilen Parameter ist. Die einzelnen Kommandozeilen Parameter sind die Komponenten des Arrays, und zwar in derselben Reihenfolge, in der sie auf der Kommandozeile aufgeführt sind. In der beispielhaften Methode main fehlte noch ein Bestandteil, den wir jetzt in diesem künstlichen Beispiel der Vollständigkeit halber nachtragen, obwohl wir ihn erst später, im Kapitel zur Fehlerbehandlung, verstehen werden. Unmittelbar nach der Parameterliste, also unmittelbar vor der öffnenden geschweiften Klammer für den Methoden-Rumpf, kann Opt-Ional eines Roos-Klausels sowie hier stehendes Roos-Klausel in diesem Beispiel besagt, dass die Methode M-Potenzial eine Accept-Ion wirft. Und zwar entweder eine von einem Typ namens X-Except-Ion oder eine von einem Typ namens X-Except-Ion, was das genau bedeutet. Betrachten wir, wie gesagt, später hier halten wir nur fest, dass nach der Parameterliste Opt-Ional der Schlüsselworts Roos stehen kann. Gefolgt von einem oder mehreren Typen von Accept-Ion-S, separiert durch Kommas die Klasse main als Einstiegspunkt darf keines Roos-Klausel haben. Noch einmal die Bestandteile des Kopfes einer Methode zusammengefasst. Zu beachten ist, dass nur die Typen der einzelnen Parameter und ihre Reihenfolge wichtig sind dem Nutzer einer Methode kann es egal sein, mit welchen Namen die Parameter innerhalb der Methode angesprochen werden. Daher sind die Namen der Parameter kein signifikanter Teil eines Methodenkopfes. Natürlich sind gut gewählte Namen der Parameter dennoch hilfreich für das Verständnis des Nutzers. Bei den Parametern einer Methode ist die Reihenfolge eine wichtige in Format-Ion für den Nutzer, denn er muss diese Reihenfolge ja beim Aufruf der Methode einhalten. Bei den Modifiern hingegen kommt es nicht darauf an, in welcher Reihenfolge sie im Kopf der Methode angegeben worden sind. Man könnte sie dort beliebig umordnen, und es würde sich für den Nutzer der Methode nichts ändern. Im Kapitel zur Fehlerbehandlung werden wir sehen, dass dasselbe auch bei Accept-Ion ist gilt. Erinnerung, im Kapitel zu lexikalischen Bestandteilen Abschnitt zu Kommentaren, haben wir schon ja Vardock-Kommentare kennengelernt in Form von zwei Klauseln, mit denen man typischerweise die Quelldateien als Ganzes kommentiert. At Ose und At Fels Ion Hier schauen wir uns jetzt zwei weitere Klauseln an, die zur Kommentierung von Methodenköpfen gedacht sind. Und zwar die Klauseln At Param und At Return Diese beiden Klauseln leisten für Methoden in Java das, was der Vertrag in Racket leistet. Da die Typnamen der Parameter und der Rückgabe in Java zwingend im Methodenkopf anzugeben sind, werden sie in der Regel, und so auch hier, im Javadock-Kommentar nicht noch einmal aufgeführt. Vorbedingungen, die die Parameter zu erfüllen haben, hatten wir bei Racket in eine Pre-Kondite-Aon-Klausel geschrieben. Hier schreiben wir sie in die At Param-Klausel-Vorgriff. Im Kapitel zur Fehlerbehandlung werden wir noch eine weitere Javadock-Klausel für Methodenköpfe sehen. Etz Roos An die Besprechung von Methodenköpfen lässt sich unmittelbar das Thema Überschreiben bzw. Überladen von Methoden anschließend zur Systematisierung führen wir noch einen grundlegenden Begriff ein. Die Signatur einer Methode Wir halten vorab schon einmal zusammenfassend fest. Eine Klasse kann keine zwei Methoden mit derselben Signatur haben, denn beim Überschreiben geht die überschriebener Methode verloren. Und beim Überladen müssen sich die Signaturen unterscheiden. Die Verwendung des Begriffssignatur ist nicht einheitlich als Autorität für Begriffsbildung und bei Java wird allgemein Oracle Docs verwendet. So auch hier auf Basis des bisher Gesagten lässt sich die Signatur leicht definieren. Diese beiden Bestandteile des Methodenkopfes bilden zusammen die Signatur einer Java-Methode. Erinnerung Eine Methode, die in der Basisklasse definiert ist. Kann in einer direkt oder indirekt abgeleiteter Klasse überschrieben werden. Die Implementat ION in der Basisklasse ist die überschriebene Methode und die Implementat ION in der abgeleiteten Klasse die überschreibende Methode. Wir schauen uns im Folgenden die genauen Modalitäten an und welche Rolle die Signatur dabei spielt. Die Rolle, die die Signatur dabei spielt, ist ganz einfach. Die Signatur ist das, was bei beiden Implementat ION in derselben Methode absolut identisch sein muss. Die anderen Bestandteile des Methodenkopfes müssen nur beinahe identisch sein. Bestimmte kleine Abweichungen sind möglich. Wir gehen die verschiedenen weiteren Bestandteile des Methodenkopfes im Einzelnen durch. Erinnerung, im Kapitel zu objektorientierter Appsteract ION Abschnitt zur Vererbung von Attributen, haben wir gesehen, dass auf Attribute und Methoden bei Privaten nur aus der Klasse selbst heraus zugegriffen werden darf. Bei Auslassung des Modifiers, also implizitem Zugriffsrecht, nur aus demselben Package, bei Protected aus Package und abgeleiteter Klassen und bei Public von überall her. Die Zugriffsrechte dürfen in einer abgeleiteten Klasse erweitert sein gegenüber der Basisklasse. Das heißt konkret, ist die Methode in der Basisklasse private, dann darf sie in der abgeleiteten Klasse private, implizit, Protected oder Public sein. Ist sie in der Basisklasse implizit, dann darf sie in der abgeleiteten Klasse implizit, Protected oder Public sein. Bei Protected ist Protected oder Public erlaubt und bei Public nur Public andere Diskrepanzen zwischen Überschriebener und Überschreiber in der Methode darf es bei den Zugriffsrechten nicht geben. Sonst bricht der Compiler mit einer Fehlermeldung ab. Bei primitiven Datentypen muss der Rückgabetyp bei Überschriebener und Überschreiber in der Methode identisch sein. Bei Referenztypen ist das anders. Eine Klasse darf durch jede von ihr direkt oder indirekt abgeleitete Klassen ersetzt werden. Analog darf ein Interface durch jedes direkt oder indirekt erweiternde Interface und durch jede direkt oder indirekt implementierende Klasse ersetzt werden. Auch der Typ Array von einem Referenztyp kann durch Array von Subtyp ersetzt werden. Vorgriff, wir haben es noch nicht gesagt, aber Exceptions in Objekte von bestimmten Klassen wird eine Methode mit Exceptions in einer abgeleiteten Klasse überschrieben. Dann dürfen die geworfenen Exception-Klassen durch deren direkte oder indirekte Ableitungen ersetzt werden. Die ersten beiden Punkte auf der Folie schauen wir uns noch kurz an einem Beispiel an den dritten Punkt. Except IONS, greifen wir dann im Kapitel zur Fehlerbehandlung nochmals auf. Die beiden Klassen A und B-Links sind nur Spielmaterial. Es geht um die beiden Klassen X und Y rechts. Hier der erste Punkt, Ist die überschriebene Methode private? Darf die überschreibende Methode implizit? Protected oder Public sein? Hier ist sie Public. Nun der zweite Punkt, Der Rückgabetyp in der überschreibenden Methode darf ein Subtyp des Rückgabetyps der überschriebenen Methode sein. Als nächstes ein Anwendungsbeispiel für den Fall, dass der Rückgabetyp der überschreibenden Methode ein Subtyp des Rückgabetyps der überschriebenen Methode ist. Die rechte Seite der letzten Folie noch einmal links mit einem kleinen Unterschied. Um das Anwendungsbeispiel rechts kurz und übersichtlich zu halten, ist die Methode M jetzt in beiden Klassen Public. Die Regeln, wie die Überschreibende von der überschriebenen Methode abweichen darf, sind perfekt so gestaltet, dass in solchen Situat-Ionen nichts schief geht. Wenn wir hier die Implementat-Io an der Methode M von Klasse Y aufgerufen und somit ein Objekt von B oder von einem Subtypen von B zurückgeliefert wird, dann ist das kein Problem, denn B und alle Subtypen von B sind ja auch Subtypen von A. Jetzt noch ein leicht anders gelagertes Anwendungsbeispiel, um auch den ersten Aspekt, also private, implizit, protected und public, zu illustrieren. In der abgeleiteten Klasse hat die Methode M breitere Zugriffsrechte als in der Basisklasse, public statt protected. Da Z indirekt, nämlich über Y von X abgeleitet ist, kann die protected Methode M in der Methode N von Z aufgerufen werden. Und da die Zugriffsrechte mit public die Zugriffsrechte mit protected umfassen, ist es kein Problem, dass die Methode M in Y nicht protected, sondern public ist, wo immer eine protected Methode verwendet werden kann. Kann sie natürlich auch als public Methode verwendet werden, analog, private und implizit. Dass hier auch wie im ersten Anwendungsfall zusätzlich der Rückgabetyp variiert wird, macht natürlich keinen Unterschied. Damit verlassen wir das Thema Überschreiben von Methoden. Und kommen zum Überladen von Methoden. Wir haben schon Beispiele für das Überladen von Methoden gesehen, zum Beispiel dieses im Kapitel zu objektorientierte Absterakt ION. Stichwort Attribute von Klassentypen Überladen bedeutet, dass zwei oder mehr Methoden in einer Klasse denselben Namen haben, sowie hier einerseits mehrere Methoden mit Namen Print, andererseits mehrere Methoden mit Namen Printlein. Wie müssen sich zwei Methoden derselben Klasse unterscheiden? Mit dem Begriff der Signatur lässt sich auch diese Frage sehr kompakt beantworten. Sie müssen unterschiedliche Signaturen haben. Überladung heißt ja, dass der Methodenname identisch ist. Was dann noch zur Unterscheidung bei der Signatur übrig bleibt. Sind die Parameter Typen dabei ist es egal. Ob beide Methoden erst in dieser Klasse definiert worden sind oder ob eine davon von einer Basisklasse oder einem Interface ererbt wurde. Ein illustrerer Dives Beispiel, die Klasse X kann alle diese Methoden M zugleich besitzen, da alle vier Parameter Typ Sequenzen paarweise unterschiedlich sind. Die Teile des Methodenkopfes, die nicht zur Signatur gehören können, müssen aber nicht gleich sein. Das betrifft auch die hier nicht gezeigten opt-ionalen Teile eines Methodenkopfes wie static und accept IONS, siehe Kapitel zur Fehlerbehandlung. In dieser Variate ION des Beispiels hingegen dürfen keine zwei dieser vier Methoden zugleich in X sein, denn die Signatur ist bei allen vier Methoden identisch. Eine Problematik muss noch angesprochen werden. Wieder anhand eines illustrerativen Beispiels. Die beiden Parameter Typlisten sind unterschiedlich. Also ist diese Überladung absolut korrekt, hier gibt es noch kein Problem. Diese beiden Aufrufe von M sind daher auch absolut okay. Es werden die beiden Methoden M jeweils einmal aufgerufen. Bei diesem Aufruf hingegen ist nicht klar, welche der beiden Methoden um von X gemeint ist. Denn beide sind gleichermaßen möglich. Daher führt diese Zeile zu einer Fehlermeldung des Compilers nebst Abbruch der Übersetzung. Konsteroktoren haben wir schon öfters gesehen. Nur noch einmal ein paar systematische Anmerkungen. Static Initializer sind in gewisser Weise analog zu Konsteroktoren. Nur nicht für ein einzelnes Objekt, sondern für die Klasse als Ganzes. Erinnerung. Wir haben schon gesehen, dass Konsteroktoren eine besondere Art von Methoden sind, die nur bei Anwendung des Operators New aufgerufen werden. Der Name eines Konsteroktors ist immer der Name der Klasse. Andere Methoden dürfen nicht wie die Klasse heißen und der Rückgabetyp bzw. Volt wird ganz ausgelassen. Wir schauen uns ein Beispiel für Konsteroktoren an, das einen Punkt aufgreift, den wir im Kapitel zu Referenztypen im Abschnitt zu Funct Ional Interfaces schon gesehen hatten, dass Objektkonstanten nicht unbedingt in der Definite AON initialisiert werden müssen, sondern das ist auch im Konsteroktor möglich. Die Objektkonstante ist D' auf Unterstrichweg. Diese Klasse X soll zwei Konsteroktoren haben. Die Regel ist, eine Objektkonstante wird entweder in ihrer Definite AON initialisiert oder er wird in jedem Konsteroktor der Klasse genau einmal ein Wert zugewiesen. Das ist hier der Fall. Im zweiten Konsteroktor wird die Objektkonstante einfach auf den Wert des Parameters des Konsteroktors gesetzt. Die Klassenmethode getInstance von java.util.kelender liefert ein Kalenderobjekt zurück, das mit den kalendarischen Daten und der Uhrzeit des Moments initialisiert wird. In dem getInstance aufgerufen wird die Klasse Kalender hat eine Objektmethode get sowie eine ganze Reihe von Klassenkonstanten, unter andem für die Verwendung als Parameter von get die Klassenkonstante D' auf Unterstrichweg von Kalender sorgt dafür, dass get einen der entwerte Kalender.z an D gleich gleich 1 bis Kalender.z der gleich gleich 7 zurückliefert, nämlich den Wochentag, an dem getInstance aufgerufen wurde. Die Regel zur Überladung von Konsteroktoren ist dieselbe wie bei normalen Methoden. Die Parameter-Typenlisten müssen unterschiedlich sein, ob Bestandteile des Methodenkopfes, die nicht zur Signatur gehören, identisch sowie hier oder unterschiedlich sind, ist egal. Wir haben gesehen, dass man auch Klassen ohne Konsteroktoren definieren kann und auch ohne Konsteroktor kann man Objekte von solchen Klassen einrichten. Das liegt daran, dass in diesem Fall automatisch ein leerer Konsteroktor eingerichtet wird. Der beim Einrichten eines Objekts durch Angabe eines leeren Klammerpaares nach Operator New in Klassennamen aufzurufen ist, dieser Konsteroktor macht aufgrund des leeren Body eben nichts. Der Fachbegriff dazu ist Default-Konsteroktor. Erinnerung, bei Karel G., konkret bei der Einführung der Roboter-Klasse Symthuna, haben wir gesehen, dass ein Konsteroktor einer Klasse immer auch einen Konsteroktor der unmittelbaren Basisklasse mit Schlüsselwort super aufrufen musste. Der Default-Konsteroktor ruft den Konsteroktor mit leerer Parameterliste der unmittelbaren Basisklasse auf dieser muss dann natürlich auch existieren. Entweder als Default-Konsteroktor oder explizit definiert umgekehrt gesprochen. Hat eine Klasse keinen Konsteroktor mit leerer Parameterliste, dann hat er logisch zwingend mindestens einen explizit definierten Konsteroktor und jede davon abgeleitete Klasse muss ihrerseits mindestens einen explizit definierten Konsteroktor haben, der einen Konsteroktor der Basisklasse explizit mit super aufruft. Zu beachten ist, dass Konsteroktoren einer Basisklasse nicht in den davon abgeleiteten Klassen zur Verfügung stehen. Den Grund lesen Sie auf dieser Folie. In der Regel muss man davon ausgehen, dass für die abgeleitete Klasse eigene Initialisierungsschritten nötig sind. Die aber im Konsteroktor der Basisklasse fehlend fehlende Initialisierung ist eine Quelle für schwierig zu findende Fehlererinnerung an Carl G. Den Fall, dass die abgeleitete Klasse zusätzlich zur Basisklasse initialisiert werden muss, hatten wir erstmals bei Slow-Mode Ion-Robot gesehen. Noch eine besondere Methode, die Static Initializer genannt wird. Der Methodenkopf besteht nur aus dem Wort Static und sonst nicht. Sie wird zu Beginn der Abarbeitung des Java-Programms ausgeführt. Der Hauptsinn ist, Klassenkonstanten zu initialisieren in Fällen, in denen es nicht möglich ist, sie in der Definite Ion zu initialisieren. Da der Static Initializer zu Beginn der Ausführung des Programms ausgeführt wird, wird der unterstrich auf unterstrich wieg also auf den Wochentag gesetzt, an dem das Programm startet. Wir müssen ganz schnell noch eine Begrifflichkeit klären, bevor wir das Thema Methodenkopf verlassen. Wieder ein einfaches, künstliches Beispiel, eine Klasse A mit einer Methode M, wobei uns nicht interessiert, was M genau tut. Was bei der Methode Definite Ion in der Parameterliste steht. Das sind die formalen Parameter. Jeder formale Parameter wird durch Typnamen und Identifier spezifiziert. Im Prinzip sind das NOKL-Variable der Methode, die durch den Methodenaufruf initialisiert werden. Was hingegen beim Methodenaufruf in der Parameterliste steht. Das sind die aktuellen Parameter. Wie man sieht, können die aktuellen Parameter beliebig komplizierte Ausdrücke sein. Und ein aktueller Parameter muss nicht denselben Typ haben, wie der zugehörige formale Parameter es reicht. Wenn der Typ des aktualen Parameters implizit in den Typ des formalen Parameters konvertierbar ist. In diesem Beispiel ist der erste aktuelle Parameter vom Typ int. Und int wird implizit in double konvertiert. Später in diesem Kapitel mehr dazu die Klasse Y des zweiten aktualen Parameters ist vom zweiten formalen Parameter. Also X, abgeleitet. Auch da passiert implizite Converse ION Party. Bei dieser Begriffsbildung stand das englische Wort actual, das nicht aktuell, sondern unter anderem tatsächlich oder auch vorliegend heißt. Ein letzter Punkt bei Parameterlisten. Es ist in engen Grenzen möglich, die Anzahl der aktuellen Parameter einer Methode variabel zu halten. Und zwar am Ende der Parameterliste. Dazu wieder ein künstliches, illustriere Dives Beispiel. Konkret dürfen beim letzten formalen Parameter drei Punkte an den Typ des Parameters angehängt werden. Wie man hier sieht, macht der Compiler aus dem letzten formalen Parameter ein Array des eigentlichen Datentyps. In diesem konkreten Beispiel also ein Array von Double. Warum nun eine zweite Möglichkeit, ein Array zu übergeben? Zum Beispiel ein Array von Double wie in diesem Beispiel. Als aktualer Parameter kann durchaus ein Array von Double so wie hier übergeben werden. Aber im Unterschied zu einem formalen Parameter vom Array-Typ kann anstelle eines Arrays eine beliebige Anzahl von Double-Werten angegeben werden. Aus diesen Double-Werten macht der Compiler ein Array von Double. Die Komponenten des Arrays sind genau diese Werte in aufsteigender Reihenfolge der Indizes. Zum Abschluss des Abschnitts zu variabler Parameterzahl noch ein konkretes Anwendungsbeispiel. Eine Klasse X habe eine Klassenmethode Max mit einer variablen Anzahl von Parametern vom Typ Double. So dass diese Methode beispielsweise wie unten mit sechs Double-Werten als aktualen Parametern aufgerufen werden kann. Aber natürlich genauso auch mit einer anderen positiven Zahl von Double-Werten. Dieser Code realisiert die Berechnung des Maximums aller Werte in einem Array. Dessen Komponenten von einem arithmetischen Datentyp sind in Result steht nach jedem Durchlauf der Schleife das Maximum aller Werte in A, die bis zu diesem Zeitpunkt gelesen worden sind. Zum Beispiel nach fünf Durchläufen steht in Result das Maximum aller Werte, die in A an den Indizes 0 bis 4 zu finden sind. Nach Beendigung der Schleife steht daher in Result das Maximum aller Werte in A an den Indizes 0 bis A.lenks 1. Und das sind natürlich gerade alle Werte in A. Wir sind jetzt soweit fertig mit dem Methodenkopf und betrachten im Rest des Kapitels systematisch die Bestandteile des Methodenrumpfes, also Anweisungen und Ausdrücke aber vorher. Quasi als Intermezzo, schauen wir uns kurz an. Was eigentlich im Hintergrund passiert, wenn wir Methoden abarbeiten dabei ist es egal. Ob es sich um Objektmethoden oder Klassenmethoden handelt. Das Prinzip ist immer dasselbe und das Prinzip dürfte auch in allen anderen Programmiersprachen einschließlich Racket dasselbe sein. Denn es wird in der Regel schon von der Hardware und ihrer Maschinensprache realisiert. So dass die Programmiersprache in diesem Punkt eins zu eins auf die Hardware abgebildet werden kann sehr zusammenfassend Programme und Prozesse, Abschnittsabroutinen. Wir sehen uns das anhand eines kleinen, rein illustrativen Beispiels an die Methode main von Klasse X dient wie üblich als Einstiegspunkt. Sie ruft die Methoden M1 und M2 der Klasse X sowie den Konsteroktor und die Methode M3 der Klasse Y auf die Methode M1 von X ruft wiederum M2 von X auf. Das sind die für uns wesentlichen Aspekte dieses Beispiels. Wir merken uns noch, dass jede der Methoden M1, M2 und M3 einen Rindparameter hat. Und main hat wie gefordert ein String R als Parameter. Alle anderen Details in diesem Beispiel sind irrelevant. Wenn ein Programm aufgerufen wird, wird vor Beginn der ersten Methode unter anderem eine Variable eingerichtet, die eine Adresse speichert. Diese Variable heißt StackPointer. In unserem vereinfachten Speichermodell ist das einfach eine Variable wie jede andere auch der zweite Namensbestandteil. Hebt darauf ab, dass eine Adresse gespeichert wird. Der StackPointer also eine Adresse enthält der erste Namensbestandteil. Stack heißt auf Deutsch Stapel und wir werden gleich sehen, was es damit auf sich hat. Nebenbemerkung. In der Regel sieht es in der Realität so aus, dass die Hardware ein Register für den StackPointer des momentan ablaufenden Programms bereitstellt wird. Ein Programm unterbrochen, weil andere Programme auf diesem Prozessor eine Zeit lang laufen sollen. Dann wird der StackPointer des unterbrochenen Programms in der Regel an einer ganz normalen Variable zwischen gespeichert, bis das Programm wieder fortgesetzt und der StackPointer ins Register geladen wird. Im Computerspeicher wird ein Bereich initialisiert, um die Daten zu speichern für alle Methoden, die momentan begonnen, aber noch nicht beendet sind. Der Bereich, der für einen einzelnen Methodenaufruf reserviert wird, heißt Frame wenn als erstes Mine aufgerufen wird. Dann wird ein Frame für diesen Aufruf von Mine angelegt. In diesem Frame ist unter anderem der Parameter-Args von Mine enthalten. Der von einem Referenz-Typ, also auch nur eine Adresse ist das String-Array-Objekt und die Strings in diesem String-Array sind hier der Übersichtlichkeit wegen nicht bildlich dargestellt. Schließlich ist noch eine anonyme Informat-IoN in einem solchen Frame enthalten. Die Rücksprung-Adresse grob gesprochen, ist das die Adresse der Insterock-IoN, die als nächstes ausgeführt werden soll. Nachdem der Aufruf der Methode beendet wurde, die Rücksprung-Adresse wird in den weiteren Schritten klarer werden. Irgendwann, recht bald sogar, kommt die Methode Mine zum ersten Punkt, an dem sie erstmals eine andere Methode aufruft. Konkret M1 der Klasse X mit demselben Objekt Sie sehen, was dann passiert, es wird ein zweiter Frame angelegt. Jetzt für M1 in dem Frame werden der aktuelle Parameter und auch wieder die Rücksprungs-Adresse angelegt. Weiter enthalten im Frame eine Objekt-Methode ist ein Verweis auf das Objekt, mit dem die Methode aufgerufen wurde. Denn die Methode greift ja potentiell auf die Attribute in diesem Objekt zu da Mine eine Klassen-Methode ist. Wird im Frame für Mine natürlich kein Verweis auf ein Objekt, mit dem Mine aufgerufen wird, abgelegt. Denn ein solches Objekt muss ja gar nicht existieren. Der Stack-Porter verwies vorher auf die Anfangs-Adresse des ersten Frames. Nun verweist er auf die Anfangs-Adresse des zweiten Frames und genau das ist der Sinn des Stack-Porters. Er verweist immer auf den Frame derjenigen Methode, die gerade aktiv abgearbeitet wird. Die Methode M1 von Klasse X ruft ihrerseits die Methode M2 von X mit demselben Objekt auf der Stack-Porter verweist nun auf diesen dritten Frame. Jetzt sehen wir, was das Wort Stack für Stapel im Begriff Stack-Porter meint. Die einzelnen Frames bilden einen Stapel, der in unserer Bildsprache von links nach rechts wächst. Aber natürlich stellt man sich eher einen Stapel von unten nach oben vor. Ein neuer Frame wird immer auf dem Stapel sozusagen oben darauf gepackt. Und wenn die Methode abgearbeitet ist, wird der oberste Frame vom Stack her untergenommen. Natürlich wird nicht wirklich etwas drauf gepackt bzw. her untergenommen. Das ist nur eine Metapher. Das, was wirklich passiert, ist, dass der Stack-Porter hin und her umgesetzt wird. Nach Beendigung von M2 wird er wieder zurückgesetzt auf die Anfangs-Adresse des Frames von M1. Also auf den Wert, den der Stack-Porter unmittelbar vor Aufruf von M2 hatte. Jetzt haben wir auch ein erstes Beispiel für den Sinn der Rücksprung-Adresse. Im Frame von M2 stand als Rücksprung-Adresse die Adresse derjenigen in Stereoct.ion, die an M1 unmittelbar nach dem Aufruf von M2 kommt. In diesem Beispiel gibt es keine weiteren Anweisungen mehr an der Stelle, an die zurückgesprungen wurde, sondern der Rücksprung geht konkret an die erste der Instereoct.ion, die den momentanen Aufruf von M1 beenden. Beendigung von M1 bedeutet analog, dass der Stack-Porter wieder auf den Frame von M1 zurückgesetzt wird und die Programmausführung auf die Rücksprung-Adresse im Frame von M1 gesetzt wird. Also auf die erste Instereoct.ion in M1 nach dem Aufruf von M1. Als nächstes wird M2 in M1 aufgerufen. Und der Call-Stack und der Stack-Porter werden wie gehabt geändert. Ein Detailpunkt ist hier betrachtenswert. Eben gab es schon einmal einen Frame für M2 auf dem Call-Stack. Allerdings nicht an zweiter Posit.ion nach dem Frame für M1. Sondern an der dritten Posit.ion nach den Frames für M1. Und M1 der wichtige Detailpunkt ist, dass der Frame für eine Methode immer gleich aufgebaut ist. Das heißt, jeder Bestandteil des Frames hat immer denselben Offset bezüglich der Anfangs-Adresse des Frames. Egal, wo der Frame auf dem Call-Stack abgelegt wird. Das heißt, wenn ein Programm beispielsweise auf einen Parameter der Methode zugegriffen werden soll. Dann passiert immer dasselbe. Die Adresse in Stack-Porter wird hergenommen. Der Offset für diesen Parameter im Frame drauf addiert. Und auf den Wert an der resultierenden Adresse wird dann zugegriffen. Irgendwann ist M2 dann auch wieder beendet. Und wieder ist nur der Frame für M1 auf dem Call-Stack. Als nächstes wird Operator New aufgerufen. Das überspringen wir hier. Weil die Kaskade von daran sich anknüpfend den Aufrufen erstens viel zu komplex ist. Und zweitens auch keine für uns hier relevanten neuen Einsichten bringt. Nachdem Operator New beendet ist. Wird der Konsteroktor von Y für das neu eingerichtete Objekt aufgerufen. Auf der hier betrachteten Appsteraktionshebene ist der Konsteroktor eine ganz gewöhnliche Methode. Nach Beendigung des Konsteroktors wieder dasselbe Bild wie vor Beginn des Konsteroktors. Der Rücksprung geht zu ersten der Insteroktionen. Die die Zuweisung der Adresse des neuen Objektes an die Variable A umsetzen. Der nächste Schritt in M1 ist. Die Methode M3 von Klasse Y mit dem Objekt von Y aufzurufen. Auf das A verweist dieser Verweis wird im Frame von M3 gespeichert. Da M3 eine Objektmethode ist. Nach Beendigung von M3 nochmals dasselbe Zwischenbild. Und nach Beendigung von M1 sieht die Situation ION wieder genauso aus wie zu Beginn. Bevor man aufgerufen wurde, der ColdStack ist leer neben Bemerkung. Dieses Bild stimmt so nicht ganz. Denn der Aufruf von M1 ist eingebettet in das Laufzeitsystem. Und dessen momentan laufende Methoden sind weiterhin auf dem ColdStack. Aber das ist ein Detail, das uns nicht weiter kümmern soll. Das grundsätzliche Prinzip sollte klar geworden sein. Zum Abschluss dieses Abschnitts schauen wir uns noch kurz eine rekursive Methode an. Wenn die Methode links mit dem Wert 3 für den Parameter n aufgerufen wird. Schreibt sie die 8 Zahlen rechts auf den Bildschirm. Wie lässt sich das erklären? Nun, der Blick auf den ColdStack löst das vermeintliche Rätsel. In jedem Frame, am selben Offset, steht ein Wert für den Parameter n der ist bei jedem rekursiven Aufruf ein anderer. Nämlich immer um 1 kleiner in jeder Bildschirmausgabe wird immer der Wert von einem obersten Frame genommen. Also in dem Frame, auf dessen Anfangsadresse der StackPorter momentan verweist. Wie angekündigt, kommen wir nun zum Methodenrumpf. Der Rumpf einer Methode besteht. Wie gesagt, aus einer Sequenz von Anweisungen in einem geschweiften Klammerpaar. Wir werden die verschiedenen Arten von Anweisungen nacheinander durchgehen und beginnen mit Variablen definitaonen. Hier die definitao in einer Variablen namens m vom Typ Internationale. Und einer Variablen, diesmal gleich mit Initialisierung. Die Variable entspeichert den Wert 1. Mit Schlüsselwort final wird aus der Variablen eine Konstante. Das heißt, nach der Initialisierung darf der Wert von R nicht mehr verändert werden. Der Versuch resultiert in einem Fehler beim Übersetzen. Das werden wir uns gleich beim Thema Zuweisungen noch einmal genauer anschauen. Die definitao in einer Variable von einer Klasse sieht exakt genauso aus. Hier eine Variable str1 der vordefinierten Klasse String. Die uns schon im Kapitel zu objektorientierter Appsteract Ion begegnet ist. Allerdings sieht die Initialisierung bei einer Klasse anders aus. Für weitere Erläuterungen siehe das Kapitel zu objektorientierter Appsteract Ion. Definitao in einer Variable a. Die auf einen Array mit Komponenten Typ Double verweist. Definitao in einer Array Variable b. Die gleich auch initialisiert wird, nämlich als Verweis auf ein Array mit 10 Komponenten. Auch das wurde im Kapitel zu objektorientierter Appsteract Ion genauer erläutert. Das sind natürlich nur Beispiele, aber repräsentativ für alle auftretenden Fälle. Mehrere Definitaionen mit und ohne Initialisierungen lassen sich mit Kommas zu einer Definitaion zusammenfassen. Welchen Wert hat eine Variable nun, wenn sie nicht sofort bei der Definitaion initialisiert wird? In normalen Variablen, man nennt sie auch LOKL-Variable, kann irgendein beliebiger Wert stehen. Wir kommen gleich darauf zurück. Wichtig ist, dass auf eine Variable nicht lesen zugegriffen werden darf. Solange sie nicht initialisiert ist, der Versuch führt zu einer Fehlermeldung des Compilers nebst Abbruch der Übersetzung. Konstanten, also mit Schlüsselwort final definiert, muss man auf jeden Fall bei der Definitaion initialisieren, denn später kann man den Wert ja nicht mehr setzen. Wenn man ein Objekt einer Klasse einrichtet, aber nicht gleich dabei initialisiert, dann ist dieses Attribut automatisch mit dem Nullwert seines Datentyps initialisiert und genauso sind bei Einrichtung eines Array-Objekts alle Komponenten automatisch mit dem Nullwert des Komponententyps initialisiert. Erinnerung Abschnitt zum Literal Null im Kapitel zu objektorientierter Absteract ION Was ist nun dieser ominösen Nullwert? Bei jedem primitiven Zahlentyp, egal ob ganzzahlig oder gebrochenzahlig, ist der Nullwert einfach der Zahlenwert Nullte also. Bei jedem Array eines primitiven Zahlentyps darf man davon ausgehen, dass die einzelnen Komponenten den Wert Null haben. Und bei jedem Attribut einer Klasse, das von einem primitiven Zahlentyp ist, ebenso. Der Datentyp scharfe Schriftzeichen ist ja im Prinzip ebenfalls ein Zahlentyp. Nur dass der Zahlenwert eine spezielle Bedeutung hat, nämlich ein bestimmtes Schriftzeichen eindeutig zu identifizieren, auch hier ist der Nullwert die Zahl Nullte. Die Zahl Null steht für kein Schriftzeichen, sondern ist genau für solche Fälle reserviert. Das passt also Erinnerung. Für die hier verwendete Schreibweise der Null als Schar schauen Sie sich nochmals das Kapitel zu lexikalischen Bestandteilen an. Abschnitt über Leitral Datentyp Boolean hat ja nur zwei Werte, True und False der Nullwert ist der Wert False. Wie Sie im Kapitel zu Referenzentypen gesehen haben, gibt es für Klassen und Arrays einen symbolischen Nullwert. Der durch das Literal Null ausgedrückt wird, eine ordentlich initialisierte Variable vom Klassen- oder Array-Typ verweist entweder auf ein Objekt oder es hat den Wert Null. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Noch einmal zurück zum undefinierten Wert von nicht initialisierten L-O-K-A-Lehen-Variablen. Wie gesagt, bevor man eine solche Variable benutzt, muss man ihr unbedingt einen Wert zuweisen. Noch besser wäre natürlich eine Initialisierung gleich bei der Definite A-O-N aber das geht nicht immer. Denn manchmal kennt man den Wert, den die Variable bekommen soll. Nicht vorher hier ein fiktives Beispiel. Der Wert der nicht initialisierten Variable N hängt von der Mondphase ab, die erst im Programmlauf abgefragt wird. Bei abnehmendem Mond soll N den Wert 1 haben und ansonsten den Wert 2. Wichtig ist erstens, dass der Wert von N, wie gesagt, nicht vor dieser F-Abfrage gelesen werden darf, da dann noch ein Zufallswert in N steht. Zweitens ist wichtig, dass N tatsächlich in jedem Fall auf einen Wert gesetzt wird. Was durch den Else-Teil gewährleistet ist Nebenbemerkung. Natürlich könnten wir die Variable an bei ihrer Definite A-O-N pro Form initialisieren. Zum Beispiel mit 1 oder 2 oder auch mit 0. Denn aber dies könnte den Laserpotenzial in die Irre führen. Denn der Laser wird sich sicher überlegen, warum die Variable mit diesem und keinem anderen Wert initialisiert wurde. Nun zur nächsten Art von Anweisungen, den Zuweisungen. Als Beispielmaterial richten wir eine Variable m vom Typ int ein. Die einfachste Art der Zuweisung, ein einzelner Wert der Unterschied zur Initialisierung ist, dass die Zuweisung kein Bestandteil der Definite A-O-N ist, sondern erst irgendwann später als eigenständige. Separate Anweisung kommt eine Variable kann einmal in ihrer Definite A-O-N initialisiert werden, muss aber nicht. Danach kann ihr beliebig häufig ein neuer Wert zugewiesen werden. Etwas komplizierter, aber immer noch im Prinzip dasselbe. Zugewiesen wird der Wert dieses mathematischen Ausdrucks, also 14. In Java gibt es Kurzformen für den Fall, dass der Wert eine Zahlenvariable durch eine arithmetische Operat-A-O-N modifiziert werden soll. In diesem Beispiel wird der Wert von m durch Operator plus gleich um 5 erhöht. Jetzt werden 2 abgezogen. Nach dieser Anwendung von Operator gleich steht in m das 6-fache vom vorhergehenden Wert von m. Und in dieser Anweisung wird der momentane Wert von m durch 10 geteilt. Ganzzahlige Divis A-O-N mit Rest, da Dividend und Deviser von ganzzahligen Datentypen sind Erinnerung. Im Kapitel zu lexikalischen Bestandteilen Abschnitt zu Operatoren, hatten wir schon den Begriff Zuweisungsbasierte Operatoren für diese Art von Operatoren eingeführt. Dazu zählt auch der gewöhnliche Zuweisungsoperator auf der linken Seite der Folie. Wir hatten schon das Schlüsselwort Final gesehen. Mit dem eine Variable so wie hier zu einer Konstanten gemacht wird. Konstanten müssen immer initialisiert werden. Das ist auch notwendig, denn die Konsequenz von Final ist, dass nachträgliche Zuweisungen nicht erlaubt sind. Daher nennt man sie eben Konstante statt Variable. Ähnlich sieht es bei final definierten Attributen von Klassen aus. Hier ein kleines, schematisches Beispiel. Die Klasse X besitzt zwei Final Attribute. N1 und N2 der Einfachheit halber sind sie public. Das Attribut N1 ist schon in der Definite A-O-N initialisiert, das Attribut N2 noch nicht. Aus diesem Grund muss N2 im Konstteroktor initialisiert werden. Hat X mehrere Konstteroktoren. Dann muss N2 in jedem von ihnen genau einmal gesetzt werden. Wie bei final definierten LOK-A-Lane Variablen ist auch bei final definierten Attributen eine nachträgliche Änderung des Wertes nicht mehr möglich. Egal ob in einer Methode von X wie etwa M oder ob außerhalb der Klasse X. Wir erinnern uns noch einmal kurz an das Kapitel zu objektorientierter Appsteract ION. Speziell Zuweisungen bei Variablen von Referenztypen. Was dort in mehreren Abschnitten aufgegriffen wird erst einmal richten wir zwei Stringvariable als Beispielmaterial ein. Str1 ist initialisiert und verweist auf ein Stringobjekt, dessen Inhalt die Zeichenkette 1 als ist. Str2 ist nicht explizit initialisiert und hat damit einen undefinierten Wert. Erste Zuweisung. Der Inhalt von Str1 wird nach Str2 kopiert. Beide Stringvariable verweisen nun auf dasselbe Stringobjekt. Eben das, mit dem Str1 initialisiert wurde. Zweite Zuweisung. Ab jetzt verweist Str1 auf kein Stringobjekt mehr, sondern hat den symbolischen Wert 0. Als nächstes betrachten wir die Rolle von Methoden auf Rufen in Anweisungen. Hier eine sehr einfache Beispielmethode. Rückgabe Typ ist internationale. Daher kann diese Methode innerhalb eines arithmetischen Ausdrucks stehen. Zum Beispiel so wie hier. Wir gehen davon aus, dass A eine Variable der Klasse ist, zu der die Methode M gehört. Der Wert des Parameters n ist in diesem Methodenaufruf 234 plus 423, also 657. Diese 657 mal 2 und dann geteilt durch 3 ergibt 438. Rechts vom Zuweisungszeichen steht daher 123 plus 438, also 561. Auf diesen Wert 561 wird x gesetzt. Nun eine leicht modifizierte Methode. Der Schlüsselwort Volt steht anstelle des Rückgabetyps. Es wird also nichts zurückgegeben. Eine Volt Methode kann daher nicht Teil eines Ausdrucks sein, aber der Aufruf einer Volt Methode ist für sich genommen schon eine Anweisung. Nebenbemerkung. Auch eine Methode, die nicht Volt ist, kann so wie eine Volt Methode aufgerufen werden. Dann geht der Rückgabewert einfach verlorene Compiler. Gibt in diesem Fall eine Warnung aus. Übersetzt in Quelltext aber anstandslos. Diese Warnung kann mit der Annotat ION-Acepress-Warning ausgeschaltet werden. Um die Ausgabe des Compilers frei von überflüssiger in Format ION und damit übersichtlicher zu halten. Natürlich muss man genau wissen, was man tut, wenn man Acepress-Warnings verwendet. Wir schauen jetzt genauer auf die Return-Anweisung in unserem ersten Beispiel. Der Bezeichner N in der Return-Anweisung ist der Parameter der Methode, also vom Typ Internationale. Erinnerung sind es Dividend und Diviser vom Typ Int. Dann wird ganzzahlige Divis ION mit Rest angewandt. Und das Ergebnis ist ebenfalls vom Typ Internationale. Daher ist der gesamte Ausdruck in der Return-Anweisung vom Typ Internationale. So wie ist der Rückgabetyp in dem Kopf der Methode auch verlangt. Das Schlüsselwort Return sagt, dass der Wert des Ausdrucks hinter dem Return der Wert ist, der durch den Methodenaufruf zurückzuliefern ist. Beispiel ist N gleich 100. Dann wird der Wert 66 zurückgeliefert, weil 200 ganzzahlig mit Rest dividiert durch 3 gleich 66 ist. Die Rückgabe kann auch ignoriert werden. Das heißt, auch eine Methode, die nicht Void ist, kann wie eine Methode benutzt werden. Die Void ist dazu eine kleine Erweiterung unseres letzten Beispiels. So haben wir es gerade eben gesehen. Da ein Wert zurückgeliefert wird, kann der Methodenaufruf als Ausdruck verwendet werden. Aber obwohl die Methode einen Wert zurückliefert, kann sie alternativ auch so verwendet werden, als würde sie keinen Wert zurückliefern, also als wäre sie Void der zurückgelieferte Wert geht dabei verloren. Diese Schlüsselwörter sind innerhalb von Methoden wichtig, um Entitäten, die dasselbe beudeten, auch identisch benennen, aber dennoch unterscheiden zu können. Zuerst Schlüsselwort dis, dieses Beispiel zeigt einen häufigen Fall. Ein Parameter einer Methode soll genauso heißen wie ein Attribut. Weil die beiden eben letztendlich dasselbe sind, natürlich könnte man einen der beiden Identifier immer ein klein bisschen variieren. Sodass beide Namen unterschiedlich sind, aber das wäre schon misslich. Mit dis und einem Punkt vor dem Namen wird in der Methode das Attribut angesprochen. Ohne dis vorneweg wird der Parameter angesprochen. So, wie auf dieser Folie gezeigt, kann man auch in einem Konsteroktor einer Klasse einen anderen Konsteroktor einer Klasse aufrufe. Einfach Schlüsselwort ist gefolgt von den Parametern des anderen Konsteroktors. Das ist beispielsweise sinnvoll, wenn wir hier zwei Konsteroktoren eigentlich dasselbe tun sollen, aber der eine Konsteroktor hat einen Parameter weniger als der andere, weil er den Parameterwert selbst festlegt und nicht durch den Nutzer festlegen lässt. Um das Schlüsselwert super zu demonstrieren, brauchen wir zwei Klassen, wobei die eine von der anderen abgeleitet ist. Wieder einmal ein rein schematisches Beispiel mit x und y. Wie man sieht, kann es in der abgeleiteten Klasse ein Attribut desselben Namens wie in der Basisklasse geben. Ob beide Attribute vom selben Typ oder wie hier von unterschiedlichen Typen sind, ist egal mit super und wieder einem Punkt. Davor wird in der abgeleiteten Klasse das Attribut aus der Basisklasse angesprochen. Ohne super das Attribut aus der abgeleiteten Klasse. Der wahrscheinlich deutlich häufiger auftretende Fall ist der, dass eine Methode aus der Basisklasse in der abgeleiteten Klasse überschrieben wird, sowie hier die Methode m1. Auch hier lässt sich die Methode aus der Basisklasse mit super und Punkt vorneweg ansprechen. Ohne super wird die überschreibende Methode, also die Implementat ION in der abgeleiteten Klasse angesprochen. Wenn die Basisklasse einen oder mehrere Konsterektoren hat, dann muss jeder Konsterektor der abgeleiteten Klasse einen Konsterektor der Basisklasse aufrufe und das muss die erste Anweisung im Konsterektor der abgeleiteten Klasse sein. In diesem Fall hat die Basisklasse einen Konsterektor mit einem Parameter vom Typ int und der Konsterektor der abgeleiteten Klasse ruft ihn mit einem Entwert auf. Dazu schreibt man das Schlüsselwort super. Einzig gefolgt von der Parameterliste. Wir gehen im Folgenden die wichtigsten Operatoren noch einmal kurz durch. Zuerst die arithmetischen Operatoren anhand von ein paar einfachen Beispielen. Wir konzentrieren uns auf den wichtigsten ganzzahligen Datentyp. Also international aber alles, was wir hier sagen, lässt sich auch auf die anderen primitiven Zahlentypen übertragen. Hier werden zwei Intvariable eingerichtet und mit den Werten 37 bzw. 17 sofort initialisiert. Addit Ion der beiden Zahlen. Das Ergebnis 54 wird in N3 gespeichert. Subtrakt Ion der beiden Zahlen. Noch einmal Subtrakt Ion. Diesmal umgekehrt. Und das Ergebnis ist natürlich negativ. Multiplicat Ion. Und Divis Ion wichtig ist noch einmal. Sind beide Operanten ganzzahlig. Dann wird ganzzahlige Divis Ion mit Rest ausgeführt. Die 17 passt zweimal in die 37. Also ist 2 das Ergebnis wie in der Mathematik gilt. Haben Dividend und Divisor dasselbe Vorzeichen. Dann ist der Quotient positiv und haben sie unterschiedliches Vorzeichen. Dann ist der Quotient negativ Vorgriff. Wenn die größte darstellbare negative Zahl durch minus 1 geteilt wird. Dann müsste das Ergebnis das positive Gegenstück sein. Das geht aber nicht. Da diese Zahl nicht darstellbar ist. Das Ergebnis ist in diesem Fall tatsächlich wieder die größte darstellbare negative Zahl. Die Hintergründe schauen wir uns im Kapitel zu primitiven Datentypen systematisch an. Das ist der Module Operator. Das heißt, das Ergebnis ist der Rest bei der ganzzahligen Divis Ion. Die 17 passt zweimal in die 37. Dabei bleibt ein Rest von drittem. Das Vorzeichen des Ergebnisses ist in jedem Fall gleich dem Vorzeichen des ersten Operanten. Warum das so ist, sehen wir uns als nächstes an. Diese Gleichung soll für alle ganzzahligen Werte A und B erfüllt sein. Die ganzzahlige Divis Ion durch B soll ja ergeben, wie oft B in A hineinpasst wenn man nun B entsprechend oft von A abzieht. Soll das, was übrig bleibt, der Divis Ion ist sein. Im Fall, dass Dividend und Divisor positiv sind, ergibt sich dementsprechend auch der normale nicht negative Divis Ion ist. Insbesondere hat der Divis Ion ist in diesem einfachsten Fall von vornherein dasselbe Vorzeichen wie der Dividend. Ist nun der Dividend negativ, aber der Divisor weiterhin positiv, dann geht die allgemeine Gleichung nur auf, wenn auch der Divis Ion ist negativ ist. Auch hier haben Dividend und Divis Ion ist also dasselbe Vorzeichen. Jetzt schauen wir uns den Fall an, dass der Dividend positiv und der Divisor negativ ist. Nun passt wieder der positive Divis Ion ist in die allgemeine Gleichung. Der Divis Ion ist hat somit auch hier wieder dasselbe Vorzeichen wie der Dividend. Schlussendlich der Fall, dass beide Operanten negativ sind. Nun passt wieder der negative Divis Ion ist. Auch in diesem vierten Fall verhält es sich wie in den drei vorherigen Fällen. Dividend und Divis Ion ist müssen dasselbe Vorzeichen haben. Dann geht die allgemeine Gleichung in A und B oben auf Nebenbemerkung. In Java ist der Moduloperator auch auf zwei gebrochenzahlige Operanten bzw. auf einen ganzzahligen und einen gebrochenzahligen Operanten anwendbar. Auch in diesem Fall wird das Ergebnis der Moduloperat Ion durch die obige Gleichung definiert. Wobei der Question AB als abgerundet zu verstehen ist. Zwei einfache, aber häufig nützliche arithmetische Operat Ionen auf ganzzahligen Datentypen sollen noch nachgetragen werden. Inkrement und Dekrement, also Erhöhung und Verringerung eines Wertes um genau erster. Wenn der Wert von n zuerst um 1 erhöht und dann um 1 vermindert wird, kommt natürlich der ursprüngliche Wert wieder heraus. In diesem Fall 37. Bei arithmetischen Ausdrücken müssen wir genau auseinander halten, was jeweils die Ergebnistypen sind. Dazu gibt es einige Regeln, die wir uns im Folgenden anschauen. Erinnerung, das sind die einzelnen arithmetischen Datentypen in Java. Wobei auch Char tatsächlich ein Zahlentyp ist. Die Verbindung eines Zahlenwertes im Datentyp Char mit einem Zeichen ergibt sich erst auf einer anderen Ebene. Nämlich weil beispielsweise Methoden wie System.out.print.char etwas ganz anderes machen als bei den anderen ganzzahligen Typen. Nicht den Zahlenwert dezimal auf dem Bildschirm ausgeben, sondern stattdessen das einzelne Zeichen, das in Unicode dieser Zahl zugeordnet ist. Wenn im Folgenden die Addit Ion gezeigt wird, dann ist das jeweils nur beispielhaft alles Gesagte gilt jeweils völlig identisch auch für die anderen arithmetischen Operat Ionen. Also Subtrakt Ion, Multiplicat Ion, Divis Ion und Modulo. Erste Erkenntnis, wenn eine arithmetische Operat Ion zwei Werte vom Typ Byte, Char, Short oder Int als Operanten hat, dann ist das Ergebnis der arithmetischen Operat Ion Internationale. Aber auch bei jeder Kombinat Ion von Operanten aus diesen vier Datentypen ist das Ergebnis Int. Egal von welchem Typ genau der erste und von welchem Typ genau der zweite Operant ist in bestimmten, sehr einfachen Situat Ionen, in denen der Compiler abprüfen kann. Dass das Ergebnis einer arithmetischen Operat Ion mit Char im Bereich Char bleibt, ist das Ergebnis wieder Char, aber uns geht es hier um die Regeln. Nicht um die Ausnahmen sind beide Operanten einer Divis Ion von ganzzahligen Typen. Dann wird ganzzahlige Divis Ion mit Rest angewandt. Ist einer der beiden ganzzahligen Operanten hingegen vom Typ Long und der andere von einem der Typen Byte, Char, Short, Int oder Long, Dann ist das Ergebnis der arithmetischen Operat Ion vom Typ Long auch hier ist die Divis Ion ganzzahlig mit Rest. Jetzt nehmen wir Float hinzu ist der andere Operant von einem der Typen Byte, Char, Short, Int, Long oder Float. Dann ist das Ergebnis der arithmetischen Operat Ion vom Datentyp Double ist einer der beiden Operanten einer Divis Ion vom Typ Float. Dann wird gebrochen Sallige Divis Ion angewandt. Schlussendlich ist einer der beiden Operanten vom Typ Double. Dann ist das Ergebnis der arithmetischen Operat Ion auf jeden Fall vom Typ Double auch in diesem Fall wird gebrochen Sallige Divis Ion angewandt. Arithmetische Datentypen können auch bei Wertzuweisungen und ähnlichem ineinander konvertiert werden. Links sehen Sie wieder wie eben die arithmetischen Datentypen. Die hier gezeigten sind die sicheren Fälle. Das heißt, man kann sich sicher sein, dass die beiden Variablen links und rechts des Zuweisungszeichens gemäß den Auswertungsregeln ihrer jeweiligen Datentypen genau denselben Zahlenwert beschreiben. Die sicheren Fälle sind genau die, bei denen links des Gleichheitszeichens ein Typ steht. Der in der Liste der Typen weiter unten steht wie der Typ rechts vom Gleichheitszeichen. Es gibt da nur eine Ausnahme. Die Converse Ion von SHA nachschaut ist nicht ganz sicher und deshalb hier nicht aufgeführt. Obwohl die Zuweisung S gleich C durch den Compiler ginge Vorgriff. Die Hintergründe für diese Problematik sehen wir uns im Kapitel zu primitiven Datentypen an. Wir sehen hier schon einmal eine Andeutung. Wenn das erste Bit des SHA-Wertes gleich 1 ist, dann wird der SHA-Wert in einen negativen SHOT-Wert konvertiert. Was nicht wirklich falsch, aber zumindest interpretat Ions bedürftig ist. Zu beachten ist, dass es in diesen drei Fällen zu kleinen Ungenauigkeiten bei der Converse Ion des Wertes kommen kann. Nicht jeder sehr große Endwert ist exakt in Float darstellbar und nicht jeder sehr große Longwert ist exakt in Float oder Double darstellbar. Normalerweise merkt man davon nichts, weil entweder die Zahlen, um die es geht, nicht so groß sind oder die kleine Ungenauigkeit keine Konsequenzen hat. Daher zählen diese drei Converse Ionen trotz dieser Ungenauigkeit zu den sicheren. Man kann aber auch in den anderen, den unsicheren Fällen konvertieren. Das Problem ist, dass sehr viele Werte des Ausgangstyps nicht im Zieltyp darstellbar sind. Steht ein solcher nicht darstellbarer Wert auf der rechten Seite der Zuweisung. Dann kommt auf der linken Seite ein Murkswert heraus. In einem unsicheren Fall muss man explizit sagen, dass man konvertieren will, indem man den Zieltyp in Klammern angibt wie hier gezeigt. Dies nennt man eine explizite Converse Ion im Gegensatz zu den impliziten Converse Ionen in den sicheren Fällen vorher. Wo eben nichts weiter hinzuschreiben war eine erzwungene Chance für den Programmierer, sich noch einmal zu überlegen, ob er wirklich weiß, was er da tut. Die hier gezeigten Beispiele sind natürlich nur eine Auswahl aller unsicheren Fälle. Unsicher sind alle Fälle, die eben nicht unter den sicheren waren. Zum Abschluss dieses Abschnitts noch ein sehr kleines Beispiel dafür, dass auch unsichere Converse Ionen manchmal sinnvoll sind. Wir richten zwei Variable vom Typ char ein und initialisieren sie mit den Zeichen a und z. Dann richten wir noch zwei Variable ein und initialisieren sie mit den Zeichen a und z wie das. Nun, in Unicode und somit im Datentyp char ist die Nummer jedes Großbuchstabens a bis z genau um 32 kleiner als die Nummer des zugehörigen Kleinbuchstabens. Wir ziehen also 32 vom Kleinbuchstaben ab und erhalten so den Großbuchstaben. Aber, der Ergebnistyp dieser Subtrakt Ion ist int. Wie wir soeben festgestellt hatten, wir wollen aber wieder char herausbekommen. Die Converse Ion von int nach char ist unsicher. Also müssen wir char in Klammern vorneweg schreiben. In diesem Fallbeispiel wissen wir definitiv, was wir tun. Wir wissen definitiv, dass der richtige Wert und kein Molkswert herauskommt. Solange wir sicher sein können, dass der char-Wert, von dem wir 32 abziehen, ein Kleinbuchstabe ist. Also konvertieren wir bedenkenlos. Wir führen dieses Beispiel noch einen Schritt weiter, indem wir diese Logik in eine Methode packen. Die Methode heißt do uppercase und liefert ein Zeichen zurück. Der Parameter ist ebenfalls ein Zeichen wie der Name des Parameters ganz klar suggeriert. Erwartet die Methode, dass dieses Zeichen ein Kleinbuchstabe zu sein hat. Außerdem erwartet die Methode, dass der Kleinbuchstabe aus A bis Z ist. Also keine Umlaute oder andere sprachspezifische Buchstaben. Das wird alles nicht in der Methode abgeprüft. Sondern die Methode vertraut blindlings darauf, dass der Parameter ein Kleinbuchstabe A bis Z ist. Der Rückgabewert der Methode soll dann der zugehörige Großbuchstabe sein. Hier wird der Kleinbuchstabe in den zugehörigen Großbuchstaben umgerechnet, so wie wir es eben schon gesehen haben. Und als Ergebnis der Methode mit return zurückgeliefert. Die Differenz 32 schreiben wir aber diesmal nicht explizit hin. Sondern als Differenz zwischen einem Großbuchstaben und einem Kleinbuchstaben diese Differenz ist. Wie gesagt, für jeden Buchstaben A bis Z dieselbe. Also können wir einfach klein A von Groß A abziehen. Wir hätten natürlich auch jeden anderen Buchstaben des Alphabets nehmen können. Damit sind wir mit unserer Betrachtung von Converse Ionen durch. Wo wir schon gerade bei impliziten und expliziten Converse Ionen sind, sollten wir uns dieses Thema auch bei Klassen und Interfaces ansehen. Wir beginnen mit einem weiteren Operator namens Instance-Off. Dazu richten wir links als Illustera Dives Fallbeispiel 5 Klassen und jeweils ein Objekt jeder Klasse ein. Der Operator Instance-Off ist binär. Der erste Operant ist eine Variable oder Konstante von einem Referenz-Typ. Der zweite ist ein Referenz-Typ wie wir sehen. Liefert Instance-Off generell true, wenn der dynamische Typ des ersten Operanten gleich dem zweiten Operanten ist, hat der erste Operant hingegen den symbolischen Wert 0. Was auf dieser Folie nicht gezeigt wird, dann liefert Instance-Off ebenfalls false zurück Erinnerung. Im Kapitel zu Objekt-Orientierter Apps-Tirac-Aon haben wir den statischen und den dynamischen Typ einer Variable oder Konstante vom Referenz-Typ eingeführt. Der statische Typ ist der Typ, mit dem die Variable oder Konstante definiert ist. Der dynamische Typ ist der Typ des Objektes. Auf das sie verweist neben Bemerkung, wir haben schon einen Operator kennengelernt, der einen Typ als Operanten hat. Operator new allerdings liefert der Operator Instance-Off auch dann true, wenn der dynamische Typ des ersten Operanten nicht exakt gleich dem zweiten Operanten, sondern davon abgeleitet ist, so wie hier das entspricht der allgemeinen Logik in Java. Ein Objekt einer abgeleiteten Klasse kann unterschiedslos überall da stehen, wo eigentlich ein Objekt der Basisklasse erwartet wird. Das gilt natürlich auch dann, wenn der dynamische Typ des ersten Operanten so wie hier nur indirekt vom zweiten Operanten abgeleitet ist. Über eine oder mehrere Zwischenklassen abgesehen von diesen Fällen wird false zurückgeliefert. Nun dasselbe mit einem Interface-Ansteller einer Basisklasse. Völlig analog zu eben, das Ergebnis ist genau dann true, wenn der zweite Operant durch den dynamischen Typ des ersten Operanten implementiert wird. Und auch hier macht es keinen Unterschied, ob es sich um die implementierende Klasse selbst oder um eine direkt oder indirekt davon abgeleitete Klasse handelt. Nun zum eigentlichen Downcast. Wir bleiben beim letzten Beispiel mit Klassen und Interfaces. Völlig analog zu unsicheren Konverse-Aonen wird der Zieltyp in Klammern vor den Ausdruck geschrieben. Der konvertiert werden soll ein solcher Downcast bricht die Programmausführung potenziell zur Laufzeit mit einer Fehlermeldung ab. Im Kapitel zur Fehlerbehandlung werden wir mehr über diese Art von Laufzeitfehlern erfahren. Genauer gesagt wird genau in den Fällen der Programmlauf abgebrochen. In denen Instance of False liefern würde diese sieben Konverse-Aonen sind genau die mit Interfaces als Zieltypen, bei denen es in diesem kleinen Beispiel keinen Fehler geben würde, weil der dynamische Typ des Operanten der Konverse-Aonen direkt oder indirekt den Zieltyp in Klammern implementiert. Und diese sieben Konverse-Aonen sind genau die mit Klassen als Zieltypen, bei denen es in diesem kleinen Beispiel keinen Fehler geben würde, weil der dynamische Typ des Operanten der Konverse-Aonen entweder gleich dem Typ in Klammern oder direkt oder indirekt davon abgeleitet ist. Daher wird der Downcast typischerweise so wie auf dieser Folie verwendet, nämlich in Situate-Aonen, in denen man sich nicht hundertprozentig sicher sein kann, dass die Variable oder Konstante vom Referenztyp wirklich ohne Fehler in den Zieltyp konvertiert wird. Die Variable oder Konstante X sei von einer Klasse, von der A direkt oder indirekt abgeleitet ist, oder von einem Interface, das von A direkt oder indirekt implementiert ist, wenn durch Instance of Sicher gestellt ist, dass die Konverse-Aonen sicher ist, dann wird sie ausgeführt, und dann kann man mit A weiterarbeiten Erinnerung. Über A kann auch auf die Attribute und Methoden zugegriffen werden, die in A, aber nicht im statischen Typ von X definiert sind. Ansonsten wird stattdessen irgendeine Art von Fehlerbehandlung durchgeführt. Als nächstes betrachten wir die logischen Operatoren, also die auf dem Datentyp Bolian. Und kommen nun zum Logik. Typ Bolian Logik ist in Java binär. Das heißt, es gibt nur die Wahrheitswerte wahr und falsch, Englisch true und false. Die Logikoperat-Aonen lassen sich am übersichtlichsten durch eine Wahrheitsstaffel definieren. Zwei Bool-Sierge-Variable, A und B, können vier verschiedene Kombinat-Aonen von Wahrheitswerten haben, false false, false true, true false und true true. Die negat-Aon wird durch ein vorangestelltes Ausrufezeichen angezeigt. Immer wenn A true ist, ist A negiert false und umgekehrt. Das doppelte Kaufmannsund steht für logisches und. Das heißt, dieser Ausdruck ist true genau dann, wenn sowohl A als auch B true sind. Der doppelte vertikale Strich steht für inklusiv oder. Das heißt, dieser Ausdruck ist true genau dann, wenn entweder A true ist oder B true ist oder wenn beide true sind. Der Bedingungsoperator ist ein Ternier-Operator. Das heißt, er hat drei Operanten. Die ersten beiden Operanten werden durch ein Fragezeichen voneinander getrennt. Die letzten beiden durch einen Doppelpunkt. Die drei Operanten sind hier sehr einfach. Es terrukturiert wie immer. Wenn nichts anderes gesagt wird, können sie aber beliebig komplex sein. Der erste Operant muss bulsch sein, zum Beispiel wie hier der Aufruf einer Methode mit Rückgabe typolären. Falls der erste Operant true ist, ist der Wert des zweiten Operanten der Gesamtwert des Ausdrucks. Sonst ist der Wert des dritten Operators der Gesamtwert des Ausdrucks. Sowohl der zweite als auch der dritte Operant müssen gleich dem Typ sein, der bei der weiteren Verwendung erwartet wird. Oder alternativ in diesen Typ implizit konvertierbar sein Vergleich mit Racket. Die Struktur der F-Funkt Aon in Racket ist absolut analog. Der erste Parameter ist ein bulscher Ausdruck. Die beiden weiteren Parameter müssen vom Typ her kompatibel mit den Verwendungen des Aufrufs der F-Funkt Aon sein. Falls der erste Parameter true ist, liefert die F-Funkt Aon in Racket den Wert des zweiten Parameters, sonst den des dritten Parameters zurück. Wir führen jetzt eine sehr wichtige Begriffsbildung ein. Rechtsausdrücke und Linksausdrücke Die englischen Fachbegriffe sind etwas ungenau, a value und a value. Zuerst ein paar illustrative Beispiele zu Rechtsausdrücken. Ein illustrative, aber nicht besonders sinnreiches Beispiel für arithmetische Ausdrücke. In dem verschiedene Operatoren, ein paar implizite Konvers-Ionen und auch eine explizite Konvers-Ion vorkommen. Ein bulscher Ausdruck, also ein logischer Ausdruck oder anders gesagt ein Ausdruck vom Typ boolean. Die Variablen A und B sind also vom Typ boolean. Und die Logikoperatoren sind anwendbar. Der Typ des Gesamtausdrucks ist ebenfalls boolean. Bedingungen wie hier dieser Test auf Gleichheit liefern boolean zurück. Dürfen also sowie hier Bestandteil eines bulscher Ausdrucks sein. Der Aufruf einer Methode, die nicht volt ist, ist ein rechtser Druck. Der Typ des Ausdrucks ist der Rückgabetyp der Methode. Auch der symbolische Wert 0 ist ein Beispiel für Rechtsausdrücke. Das alles sind Beispiele für Rechtsausdrücke. Jeder Rechtsausdruck hat einen Wert. Und der ist von einem bestimmten Typ. Erinnerung, pro Forma hat auch 0 an Java einen Typ. Und der hat den Namen 0Type. Daher passt auch 0 in die Systematik. Wie der Name schon nahe legt, sind Rechtsausdrücke alle Ausdrücke, die auf der rechten Seite stehen können. Bei der Initialisierung einer Variablen oder Konstanten. Beziehungsweise später, nach der Definit AON. Bei der Zuweisung eines Wertes an eine Variable oder Konstante. Aktuale Parameter dürfen ebenfalls beliebige Rechtsausdrücke sein, sofern der Typ passt. Weiter sind Rechtsausdrücke auch genau das, was hinter einem Return stehen darf. Wobei auch hier der Typ natürlich passen muss. Schlussendlich sind Rechtsausdrücke auch das, was bei Arrays in eckigen Klammern stehen darf. Sowohl bei der Einrichtung des Arrayobjektes mit Operator New zur Angabe der Größe des Arrays als auch wie hier zur Angabe eines Arrayindex. Allerdings mit einer Einschränkung. Bei Arrays in eckigen Klammern muss der Typ des Rechtsausdrucks in sein oder implizit in int konvertierbar sein. Rechtsausdrücke lassen sich rekursiv zu immer komplexeren Rechtsausdrücken zusammensetzen. Wie man schon an diesem einfachen Beispiel sieht. Analog zu Rechtsausdrücken sind Linksausdrücke das, was auf der linken Seite stehen darf. Bei einer Initialisierung bzw. bei einer Zuweisung. Das muss keine einzelne Variable sein. Sondern kann beispielsweise auch eine Komponente eines Arrays sein. Oder auch ein einzelnes Attribut eines Objekts von einer Klasse. Allen diesen Beispielen gemeinsam ist, dass sie jeweils auf eine Speicherstelle verweisen, in der der zugewiesene Wert gespeichert werden soll. Wir schließen die Betrachtung von Rechts- und Linksausdrücken ab mit der Einsicht, dass jeder L-Value ein Value ist, aber nicht umgekehrt. In Rigit müssen alle zusammengesetzten Ausdrücke in Klammern stehen. Das ist in Java nicht der Fall, wenn man Klammerpaare um zusammengesetzte Ausdrücke herum auslassen darf. Stellt sich die Frage, in welcher Reihenfolge die einzelnen Bestandteile des Ausdrucks berechnet werden. Denn davon hängt das Ergebnis des Ausdrucks häufig massiv ab. Wir schauen uns nur ein paar ausgewählte Beispiele an zur Bindungsstärke von Operatoren. Finden Sie in sicherlich jedem Java-Buch und in unzähligen Internetquellen die Übersichtstabelle wichtig ist. Dass Bindungsstärke transitiv ist, wenn Operator A stärker als Operator B und B stärker als C bindet, dann bindet A stärker als C und wenn A und B gleich stark binden und C stärker bzw. schwächer als A bindet, dann bindet C auch stärker bzw. schwächer als B. Wie in der Schulmathematik, so gilt auch in Java Punkt vor Strich Rechnung soll in diesem Beispiel die Addit ION vor der Multiplikat ION ausgeführt werden. Dann muss Y plus Z in Klammern gesetzt werden. Der Test auf Gleichheit und Ungleichheit, also Operator gleich und ungleich, haben geringere Bindungsstärke als die Größenvergleiche. Das heißt, kleiner, größer, kleiner gleich und größer gleich, so dass B hier ein Boolean sein muss und der Wert von B auf Gleichheit mit dem Boolean-Ergebnis von xy getestet wird. Die zuweisungsbasierten Operatoren haben geringere Bindungsstärke als der Test auf Gleichheit. In dieser Zeile muss B ein Boolean sein. Und das Ergebnis des Tests von x und y auf Gleichheit wird B zugewiesen. Der Bedingungsoperator hat geringere Bindungsstärke als der Test auf Gleichheit bzw. Ungleichheit, aber noch noch höher als die zuweisungsbasierten Operatoren. Jeder Operator, den man sowie diese beiden zu Ketten verknüpfen kann, hat eine Auswertungsreihenfolge, entweder von links nach rechts oder von rechts nach links. Auch diese in Format ION finden Sie in der Regel in einer Tabelle zur Bindungsstärke der Operatoren. Zum Beispiel die Subtrakt ION bindet von links nach rechts. Das heißt, von A wird zuerst B abgezogen, von D Differenz dann C und schließlich D, das ist das Ergebnis des Gesamtausdrucks Vergleich mit Racket. Bei einem Ausdruck, A, B, Z, D, kommt dasselbe heraus. Zuweisungen hingegen werden von rechts nach links ausgewertet. Erst wird C der Wert von D zugewiesen, dann B der Wert von C und schließlich A der Wert von B am Ende haben Olze A, B und C den Wert, den der unmittelbar vor Ausführung dieser Kette von Zuweisungen hatte. Dabei hat D natürlich seinen Wert behalten. Jeder Ausdruck hat also einen Typ und einen Wert. Der Wert eines Ausdrucks ist der Wert, der von ihm zurückgeliefert wird. Der Typ des Ausdrucks ist der Typ dieses zurückgelieferten Wertes. Daneben haben manche Ausdrücke auch Seiteneffekte. Als erstes betrachten wir zwei arithmetische Operatoren. Plus Plus und Minus Minuspunkt Diese beiden Operatoren sind auf arithmetische Datentypen anwendbar. Aber nur auf Links Ausdrücke, denn sie verändern jeweils den Wert des Ausdrucks, auf den sie angewendet werden. Der Operator Plus Plus erhöht den Wert des Ausdrucks, auf den er angewandt wird, um 1. Der Operator Minus vermindert den Wert von N tatsächlich um 1. Dennoch ist der auf dem Bildschirm ausgegebene Wert unverändert der Wert vor der Decrement Operat ION. Die Auflösung des Rätsels ergibt sich, wenn man sich danach nochmals den Wert von N anschaut. Und jetzt ist tatsächlich der Decrement vollzogen. Der Punkt ist folgender. Wird der Increment oder Decrement Operator als Präfix Operator angewandt. Dann wird der neue Wert von N als Wert des Ausdrucks zurückgeliefert. Bei Verwendung als Postfix Operator hingegen wird der alte Wert von N zurückgeliefert. Man kann sich das als Eselsbrücke so merken. Erst erhöhen vermindern, dann Wert von N bzw. Erstwert von N, dann erhöhen vermindern. Diese Art von Operator mit Seiteneffekten lässt sich nach allem, was Sie bisher darüber wissen, schnell abhandeln. Jeder zuweisungsbasierte Operator hat einen Seiteneffekt. Die Speicherstelle, die der Linksausdruck auf der linken Seite des Operators anspricht, wird so überschrieben, wie Sie es schon kennengelernt haben. Ein zuweisungsbasierter Operator hat aber auch noch einen Wert. Das ist der neue Wert auf der linken Seite. Dieser Wert wird zurückgeliefert und kann dann weiterverwendet werden. Die erste Zuweisung überschreibt E mit dem Wert von F und liefert diesen Wert zurück. In D steht nach Abarbeitung dieses Operators also das Produkt aus dem Wert von F und dem vorherigen Wert von D. Mit derselben Wert wird dann der vorherige Wert von C überschrieben. In B steht nun die Summe aus B und dem Produkt der ursprünglichen Werte von D und F. Und dieser Wert wird dann schlussendlich in A gespeichert. Durch das Semikolon hinter einer Zuweisung bzw. hinter einer solchen Kette von Zuweisungen wird aus diesem Ausdruck eine Anweisung. Die Rückgabe der letzten ausgeführten Zuweisung wird nicht mehr weiterverwendet. Dieser Ausdruck hat als Seiteneffekt, dass der Wert in X durch den Quotienten aus X und Y überschrieben wird. Der von diesem Ausdruck zurückgelieferte Wert ist genau dieser Quotient. Und dieser Quotient wird dann als aktualer Parameterwert an die Methode Printline übergeben. Das Schlüsselwort New ist ein Operator wie im Kapitel zur objektorientierten Appsteract ION erläutert, liefert Operator nur eine Referenz zurück. Also letztendlich eine Speicheradresse der Seiteneffekt ist, dass ein neues Objekt vom Laufzeitsystem eingerichtet ist und die Adresse dieses neuen Objektes ist der Rückgabewert von New. Methoden können, müssen aber nicht unbedingt Seiteneffekte haben. Beide Methoden haben einen Seiteneffekt. Ausgabe des Wertes des Parameters auf dem Bildschirm nebst Zeilenumbruch. Die erste Methode hat sozusagen einen Haupteffekt. Nämlich einen Intwert zurückzuliefern eine Volt Methode hingegen hat nur Seiteneffekte anders gesagt. Eine Volt Methode, die keine Seiteneffekte hat, hat gar keine Effekte. Als Seiteneffekte zählen auch schreibende Zugriffe auf Attribute, so wie in diesem kleinen Beispiel. Diese Methode greift nur Lesen zu, hat also keinen Seiteneffekt. Diese Methode hat hingegen einen Seiteneffekt. Nämlich Überschreiben des Attributs n für das Objekt, mit dem die Methode aufgerufen wird. Und nun wenden wir uns den komplexen Anweisungsarten zu. Als erstes die if-Abfrage Falls die Bedingung in Klammern nach dem if true ist, wird der erste Anweisungsblock ausgeführt, sonst der zweite an Else mit zweitem Anweisungsblock kann auch weggelassen werden. Dann wird eben nichts ausgeführt, wenn die Bedingung in Klammern nach dem if false ist. Mit Erinnerung an Carl J. Wir hatten des öfteren if-Abfragen verwendet Vergleiche mit Racket. Dort hatten wir eine if-Aon kennengelernt bei der Einführung des Bedingungsoperators. Weiter vorne in diesem Kapitel hatten wir aber schon festgestellt, dass der Bedingungsoperator das Analogon zu if-Aon in Racket ist die if-Abfrage in Java. Um die es auf dieser Folie geht, ist daher nur sehr bedingt mit der if-Aon in Racket vergleichbar. Insbesondere kann in Racket der Else Teil nicht weggelassen werden. Die Regel, dass das Else weggelassen werden kann, führt zu einem Problem, das auch bei anderen Programmiersprachen bekannt ist und den Namen Dungling-Else trägt ein einzelnes Else nach 2 if so wie hier könnte theoretisch zum ersten oder zum zweiten if gehören. Die Regel ist aber, jedes Else gehört zu dem letzten if, das noch kein Else hat. Folgen 2 Else auf 2 if so wie hier, dann ist die Zuordnung wieder klar. Das erste Else gehört zum zweiten if, das zweite Else zum ersten if. Diese Regel lässt sich natürlich auf mehr als 2 ineinander-Gash. 8-Ete if und Else erweitern. Hin und wieder sieht man in Quelltexten diese Constellate i-O-N. Das Else gehört zum zweiten if, die Einrückung legt aber nahe. Dass der Programmierer sich das Else als zum ersten if gehörig gedacht hat, ein beliebter Fehler, der nicht nur Anfängern unterläuft. Will man erreichen, dass das Else zum ersten if gehört, dann muss man den inneren if-Block so wie hier in Klammern setzen. Generell empfiehlt es sich, auch dann das Setzen von Klammern in Erwägung zu ziehen, wenn sie nicht notwendig sind. Es gibt eine zweite Variante für Verzweigungen. Die Switch-Anweisung, die wir uns anhand von ein paar Beispielen ansehen vergleichen mit Racket. Die Switch-Anweisung in Java erinnert stark an die Konfunkt ION in Racket. Allerdings werden wir auf den nächsten Folien sehen, dass die Switch-Anweisung in Java nur in sehr angeschränkten Fällen möglich ist. Die Konfunkt ION in Racket ist deutlich flexibler. Eine Switch-Anweisung wird mit dem Schlüsselwort Switch eingeleitet. Dahinter kommt in runden Klammern ein Ausdruck. Dieser Ausdruck muss von einem der ganzzahligen Typen Byte, Cha, Short oder Int oder von einem Enum-Typ sein. Unter dieser Voraussetzung kann er ein beliebiger Rechtsausdruck sein. Wir werden noch ein Beispiel sehen, dass stattdessen auch ein Ausdruck stehen kann, dessen Typ-Klasse-String ist Vorgriff. Auch Variable der Klassen Byte, Charakter, Short und Integer können dank Unboxing verwendet werden. Siehe Kapitel Generics und Collect IONS, Abschnitt zur Rapper-Klassen. Eine beliebige Anzahl von Fällen kann abgefragt werden, jeweils eingeleitet mit dem Schlüsselwort Case. Danach kommt ein Wert, dessen Typ gleich dem Typ des Ausdrucks hinter Switch oder implizit darin konvertierbar sein muss. Danach kommen dann beliebig viele Anweisungen. Geschweifte Klammern darum herum sind nicht nötig. In den allermeisten Fällen wird man am Ende eine Break-Anweisung setzen. Anpassen einer Break-Anweisung besteht einfach aus dem Schlüsselwort Break und sonst nichts. Ohne diese Break-Anweisung am Ende eines Files geht es dann mit den Anweisungen für den nächsten Fall weiter. Mit der Break-Anweisung geht es mit den Anweisungen hinter der Switch-Anweisung weiter. So wie man es beispielsweise auch von Schleifen kennt. Wenn die Schleife beendet ist, geht es mit den Anweisungen weiter. Die als nächstes nach dem Schleifenrumpf kommen. Erfahrungsgemäß vergisst man das Break leicht, darauf muss man also besonders achten. Wie schon gesagt, können noch beliebig viele weitere Fälle hinzugefügt werden. Wichtig ist, der Wert hinter Case muss zur Kompilierzeit schon feststehen. Ein Literal oder eine Konstante darf hier stehen oder auch ein arithmetischer Ausdruck. Der nur Literal und Konstanten enthält, aber keine Variablen ist etwa M eine Variable, dann ist dieser Fall nicht erlaubt. Hinter Case darf auch wirklich nur ein Wert stehen. Kein Bullshit-Ausdruck, wie es bei Content-Ricket möglich ist. Der Bullshit-Ausdruck, der in einem Case in Java ausgewertet wird, ist der Testaufgleicher zwischen einerseits dem ganzzahligen Wert in runden Klammern hinter Switch und andererseits dem Wert hinter Case. Es fehlt noch ein Bestandteil von Switch-Anweisungen, den sehen wir uns in diesem kleinen Beispiel an. Wenn vorhanden, wird der Default-File genau dann ausgeführt. Wenn keiner der vorhergehenden Fälle zutrifft, ist der Default-File nicht vorhanden. Dann wird die ganze Switch-Anweisung übersprungen, falls keiner der Case-File zutrifft. Ein illustrerer Dives-Beispiel mit einem Enum-Typ. Dies ist auch ein Beispiel dafür, dass Break manchmal doch nicht sinnvoll ist. Zum Beispiel wenn in mehreren Fällen dasselbe ausgeführt wird. In diesem Beispiel wird im Fall Februar und im Fall März jeweils dieselbe Folge von Anweisungen ausgeführt. Wie angekündigt nur noch ein Beispiel mit Strings. Nach dem bisher Gesagten sollte dieses Beispiel selbst erklärend sein. Wichtig ist auch hier wieder, dass der Ausdruck hinter einem Case keine Variablen enthalten darf. Nur Leitral und Konstanten beziehungsweise Ausdrücke. Die nur Leitral und Konstanten enthalten in diesem Beispiel ist jeder Ausdruck hinter einem Case ein Liter. Wir handeln kurz die Schleifen ab. Zuerst die Weil-Schleife Jeder Durchlauf besteht aus zwei Teilen. Zuerst wird die Bool-SCLG-Fortsetzungsbedingung ausgewertet. Und falls sie True ergibt, werden die Anweisungen im Schleifenrumpf ausgeführt. Dann wird wieder die Fortsetzungsbedingung ausgeführt. Und so weiter ist die Fortsetzungsbedingung bei der ersten Auswertung schon Fools. Wird der Schleifenrumpf kein einziges Mal ausgeführt. Erinnerung an Carl G. Dort hatten wir an verschiedenen Stellen schon Weil-Schleifen. Bei der Do-Wall-Schleife hingegen wird der Schleifenrumpf mindestens einmal ausgeführt. Die Funktaonsweise der Do-Wall-Schleife lässt sich durch Vergleich mit der Wall-Schleife erschöpfend erklären. Der Code auf der linken Seite macht exakt dasselbe wie der auf der rechten Seite. Allgemein gesprochen, erst wird der Schleifenrumpf genau einmal ausgeführt, dann geht es wie in der Wall-Schleife weiter. Zu beachten ist, dass die Do-Wall-Schleife durch ein Semikolon abgeschlossen wird. Auch die Funktaonsweise der Fortschleife kann man durch Vergleich mit der Wall-Schleife erschöpfend erklären. Konkret, zuerst und nur einmal wird die Anweisung ausgeführt. Die vor dem ersten Semikolon in runden Klammern hinter dem vor steht. Vor jedem Durchlauf wird die Fortsetzungsbedingung ausgewertet. Also der Bull-Schleife-Ausdruck zwischen den beiden Semikolons in den runden Klammern hinter vor ergibt die Fortsetzungsbedingung true. Dann wird zuerst der Schleifenrumpf ausgeführt, danach die Anweisung. Die nach dem zweiten Semikolon in den runden Klammern nach vorkommt. Danach wird wieder die Fortsetzungsbedingung ausgewertet. Und so weiter Vorgriff, es gibt doch einen kleinen Unterschied zwischen links und rechts auf dieser Folie. Links ist die Variable i nur in der Vorschleife sichtbar. Rechts auch danach noch das könnte man rechts ändern, wenn man wollte. Indem man den gesamten rechts zu sehenden Quelltext in geschweifte Klammern setzt. Die Hintergründe sehen wir in Kürze im Abschnitt zu Scopes. In Java gibt es zwei Anweisungen zur Feinsteuerung von Schleifen. Die Break-Anweisung und die Continue-Anweisung. Man findet sie im Schleifenrumpf. In der Regel wie hier in einer F-Abfrage oder alternativ in einer Switch-Anweisung. Denn nach Ausführung einer Break- oder Continue-Anweisung werden alle weiteren Anweisungen im Schleifenrumpf zumindest für diesen Durchlauf übersprungen. So dass ein Break oder Continue ohne If oder Switch einfach bedeuten würde, dass die darauf folgenden Anweisungen im Schleifenrumpf einfach nutzlos sind. Die Break- und die Continue-Anweisung lassen sich in der Wall- und Vorschleifen exakt genauso wie hier in einer Wall-Schleife anwenden. Ausführung der Break-Anweisung bedeutet, dass die ganze Schleife sofort abgebrochen wird. Weder wird nochmals die Fortsetzungsbedingung ausgewertet, noch wird der Schleifenrumpf weiter ausgeführt, auch nicht nochmals von vorne Erinnerung. Die Break-Anweisung hatten wir schon bei der Switch-Anweisung kennengelernt. Der Effekt in beiden Kontexten ist offenbar ziemlich analog und der Name Break passt in beiden Fällen sehr gut zum Effekt von Break. Im Gegensatz dazu beendet Continue nur den momentanen Durchlauf durch die Schleife. Nach Ausführung der Continue-Anweisung wird als nächstes also die Fortsetzungsbedingung ausgewertet. Dann geht es ganz normal mit der Schleife weiter liefert die Fortsetzungsbedingung true, wird wie üblich erneut der Schleifenrumpf begonnen und so weiter Erinnerung an Carl J. Dort hatten wir Continue schon eingesetzt, um den Durchlauf eines Roboters durch ein Zimmer zu steuern. Einen wichtigen Punkt haben wir bisher nur am Rande gestereift. Jetzt betrachten wir ihn systematisch. Wo im Quelltext ist welcher Identifier gültig? Für Identifier, die Variable inklusive Objekt- und Klassenvariable bezeichnen. Bedeutet das, wo im Quelltext kann man lesend und schreibend darauf zugreifen. Bei Konstanten natürlich entsprechend nur lesen bei Identifiern. Die Methoden bezeichnen, bedeutet das, wo überall kann diese Methode aufgerufen werden? Bei Namen von Klassen und Interfaces bedeutet es, wo überall können Variable und Konstanten dieses Typs eingerichtet werden. In jedem Fall bezeichnet der Fachbegriff Scope diesen Bereich im Quelltext sowohl in Java als auch in Rigit und über diese beiden Sprachen hinaus gilt die Regel. Der Scope der Definite-Aon eines Identifiers lässt sich eindeutig aus dem Quelltext selbst erschließen analog zum statischen versus dynamischen Typ einer Variablen. Sagen wir daher, der Scope einer Definite-Aon ist statisch. Diese Folie ist im Wesentlichen eine Wiederholung. Und zwar vom Kapitel zu lexikalischen Bestandteilen. Abschnitt zu Identifiern eine Klasse oder ein Interface muss importiert werden, falls es ohne die Angabe des Packages, Subpackages und so weiter verwendet werden soll. Wo überall ist nun ein Attribut bzw. eine Methode einer Klasse oder eines Interfaces sichtbar. Bei Klassen muss zwischen den verschiedenen Zugriffsrechten unterschieden werden. Das hatten wir schon im Kapitel zu objektorientierter Absteract-Aon betrachtet. Abschnitt zur Vererbung von Attributen Die Auflistung auf dieser Folie ist also ebenfalls im Wesentlichen eine Wiederholung. Bei Interfaces trifft bekanntlich nur der letzte Fall zu Public. Ein Wort noch zur Verwendbarkeit innerhalb der eigenen Klasse. Überall meint tatsächlich überall, also auch vor der Einführung des Identifiers. Innerhalb einer Methode sind zwei weitere Entitäten wichtig, die durch Identifier bezeichnet werden. Parameter wie hier in und der OKE-Variable wie hier x. Der Scope eines Parameters ist der gesamte Methodenrumpf. Der Scope einer Liters OKE allen Variablen lässt sich gut anhand eines schematischen Beispiels. Wir hier zeigen die obere, schwarze geschweifte Klammer umreißt das innerste Klammerpaar. In dem der Identifier x definiert ist der grüne Bereich, der auch durch die untere, grüne geschweifte Klammer umrissen ist, ist der Scope der Definite Aon des Identifiers x. Allgemein ist der Scope eine Liters OKE allen Variable genau der Bereich ab der Definite Aon bis zum Ende des Bereichs. Der durch das innerste umfassende Klammerpaar eingegrenzt ist dies schließt auch alle Teilbereiche ein. Die durch weitere geschweifte Klammerpaare begrenzt werden. Zugriff auf x außerhalb des grünen Bereichs führt zu einer Fehlermeldung des Compilers nebst Abbruch der Übersetzung. Erinnerung Allerdings gibt es noch eine offenkundig sinnvolle Sonderregel. Auf eine LOKL-Variable darf nicht lesen zugegriffen werden. Bevor das erste Mal schreibend darauf zugegriffen wurde wie wir gesehen haben, werden LOKL-Variable im Gegensatz zu Attributen und Array-Komponenten nicht automatisch mit dem Nullwert oder irgendeinem anderen Wert initialisiert, sondern enthalten erst einmal einen Zufallswert bei Parametern kann das natürlich nicht passieren. Die werden durch den Methodenaufruf mit den aktualen Parameterwerten initialisiert. Eine Besonderheit bei der Vorschleife haben wir schon kennengelernt. Vor dem ersten Semikolon im Kopf der Vorschleife können auch LOKL-Variable definiert werden. Der Scope einer solchen LOKL-Variable ist die Vorschleife selbst. Also Ihr Kopf und Ihr Rumpf und zwar egal, ob der Rumpf eine einfache Anweisung wie oben oder eine Blockanweisung wie unten ist. Zugriff auf I außerhalb der beiden Vorschleifen führt wieder zu einer Fehlermeldung des Compilers nebst Abbruch der Übersetzung. Natürlich gilt dasselbe für die verkürzte Form der Vorschleife. X kann nur innerhalb der Vorschleife verwendet werden. Vorgriff. Im Kapitel zur Fehlerbehandlung werden Sie noch eine weitere Scope-Regel kennenlernen, die sich auf die Art von Anweisungsblöcken beziehen, die wir dort Catch-Blöcke nennen werden. Die Struktur ist so ähnlich wie bei Vorschleifen. Eine Sache, die wir schon gesehen haben, ist zu beachten, Parameter und LOKL-Variable einer Methode können genauso heißen wie Attribute der Klasse, zu der die Methode gehört. Wir hatten dies schon im Abschnitt zu dis und super. Im Beispiel auf dieser Folie haben beide Methoden einen Parameter namens x und die Klasse hat ein Attribut namens x. Wird nur x alleine verwendet, dann ist das der Parameter bzw. die LOKL-Variable. Um das Attribut anzusprechen, muss Schlüsselwort dis davor geschrieben werden, durch einen Punkt verknüpft. Abgesehen von diesem einen Fall dürfen sich die Scopes verschiedener Definitionen des selben Identifiers nicht überschneiden. Auf dieser Folie sehen Sie zum Ende dieses Abschnitts vier Beispiele, die allesamt nicht durch den Compiler gehen. Parameter und LOKL-Variable derselben Methode dürfen nicht mit demselben Identifier bezeichnet sein. Im Scope eine Liters OKL-Variable darf derselbe Identifier nicht nochmals für eine andere LOKL-Variable verwendet werden. Ein schon gültiger Identifier darf nicht in einer Vorschleife noch einmal definiert werden. Und natürlich auch nicht umgekehrt damit beschließen wir den Abschnitt zu Scopes und das gesamte Kapitel zu Methoden.